Leckere Grüße! Ja, du siehst die Burg. Ah ja, okay. Aber ich will danach, dass wir uns so drehen. Oder ich dreh dann. Und du kannst mir drehen. Leckere Grüße hier... Ah ne, nochmal. Leckere Grüße... Ich weiß nicht, ob man die Burg sieht. So siehst du sie nicht. Okay. Leckere Grüße hier von... Der Burg Stahleck! Uh! Fahrt hier mal hin! Und geht wandern! Tschüss! Wir wandern mal!